Fisch! Jawoll! Biss! Die Barsch! Gerade noch gesagt, ne? Hier gibt's keine Hechte, hätte schon längst einer beißen müssen. Und da brutzelt er schon, der wunderbare Wiekenhecht. Herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einer neuen Folge hier auf dem Hook On Channel. Ihr seht schon, wir haben wunderbares Kaiserwetter, die Sonne scheint, wir haben ganz bisschen Wind und heute greifen wir mal nicht in Kanälen oder im See oder im offenen Meer an, sondern in kleinen Schloten, kleinen Gräben, bei uns Wieken genannt in Ostfriesland. Wir haben es auf Hechte abgesehen und das wollen wir natürlich wieder mit Blech vollziehen. Ich werde den goldenen Ondex in Größe 5 fischen, JJ den silbernen Ondex in Größe 5 und ihr seht schon hier hinter uns, wir haben wunderschönes Gewässer vor uns. Wir haben hier eine Tiefe von circa, ja so 60 Zentimeter bis 1 Meter. Sehr schön Pflanzenbewusst, sehr viele Seerosen, die jetzt langsam zurückgehen. Das heißt, die Hechte haben wieder etwas mehr sich und wir hoffen, dass wir den einen oder anderen Esox heute erwischen. Viel Spaß im Video, los geht's! Ein Fisch! Oh, hier ist einer ausgeschwommen! Oh, Maus! Oh, maus! Oh! Oh, maus! Untertitelung. BR 2018 Ja 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 Schöner Grabenhecht, Freunde Geil wie Sau Hat geklappt Das ist die zweite Attacke jetzt Mega Kein Riese, aber ein schöner Wiekenhecht Ein schöner Wiekenhecht Geil Geil Petri Dank Ja 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 Da ist er, Freunde Ist das nicht ein geiler Fisch Hier aus dem seichten Gewässer Ja JJ auch gerade schon zwei Bisse gehabt, ich auch Wunderschöner Fisch, Freunde Mega Fisch Leute, mega Geil, noch ein bisschen zu klein Aber vielleicht kriegen wir auch noch einen, den wir essen können Ja Ja Nein, daneben Nein Das sieht gar nicht schlecht aus Scheiße Den hab ich verpasst Der war gar nicht schlecht Nicht schlecht Mist, Leute Hat ein Pech, ne Shit, man Nein, Alter Ja, jetzt gerade noch eine zweite Hechtattacke gehabt, Freunde Ihr habt es gesehen, der war auch ein bisschen besser Und JJ hat nebenbei noch einen kleinen Barsch rausgezogen Aber der Hecht von jetzt, der will dich nochmal Ja Mist Mist Go, Mausi, go Das wär Hammer gewesen, ne Gleich danach noch einen Der war ein guter, ja Schweine auf jeden Fall Mann Hä? Ja Oh nein Oh nein Wieder Biss gehabt Wieder Biss gehabt Ich wusste, dass da einer ist, ne Ein Barsch Nein Wieder ein Fetten Mann Mann, der ist zu klein, Mann Der Scheißspinner Ey Habt ihr das gesehen, Freunde? Schon wieder Junge Der hat sich wieder nicht schlecht angefühlt Keine Ahnung Keine Ahnung, warum der nicht hängen geblieben ist Das ist ein Pech Ich hoffe, man hat es wieder gesehen Schon wieder einer eingestiegen, schon wieder etwas besser Und schon wieder, auch wieder ausgestiegen Ja, geil Macht auf jeden Fall mega Laune hier in den kleinen Wieken Mit den Spinnern an der Oberfläche ein bisschen zu fischen Und ich bin gespannt, was wir noch erreichen können Weil das war jetzt in kürzester Zeit einige Hechte Bloß sind nicht alle rausgekommen Dann bilden wir die Route Oh Das ist ein Riese hier, wa Los, enthack dich Der ist aggro Guck mal, wie der sich aufstellt Der ist richtig aggro Hält ihn noch ein bisschen weiter vor, dann sieht das aus, wie das ein Riese ist, ne Boah, was im Arsch Fisch Wenn man das Fisch nennen kann Jaaa Geil, Mini-Echt Also den kann man auch rausheben Vollgenommen, den Ondex, wa Krass Kinderstube Das Beweisfoto Die Staubwolke Boah, der hat den so heftig genommen Das ist so ein kleiner Hecht, ne Deswegen mag ich auch lieber Ondex Größen 6 Da passiert sowas nicht, weil das ein Riesenspinner ist Der ist jetzt eine Nummer kleiner Und ja, der Hecht hat sich da so drin verfangen Der war kaum zu lösen Dann, ja, wenn die Drillinge zu weit im Mund drin sind Dann gibt es einen Trick Muss die Kiemen aufhalten Dann den vernünftigen Griff erwischen Und dann kannst du den Ondex durch die Kiemen rausziehen Das Band trennen Und ja, der Fisch schwimmt wieder Ein Glück, Mann, geil Gute Krom Ja, was ist das denn? Wieder so ein aggressiver kleiner Bart Nice Süßer kleiner Bursche Mega Ja, kleinen Fisch kriegen wir ohne Ende Aber ob der auch noch unser Mittagessen bei ist Das müssen wir noch rausfinden Was geht ab, mein Mann Blecky Was ist denn da, Bro? Can you tell me where the Pikes are? Das macht hier euren Schlot leer, Freunde Ich sag euch das wie das ist Der ist krank, Mann Guck mal wie klein und bullig Richtig schöner Barsch Auch wieder alles an den Oberflächen, Freunde Eine richtig schöne Wieke Fisch Hau ein Geil Sieht zwar immer noch nicht nach Mittagessen aus Aber ein schöner Barsch, ne, Freunde Hallo Geil Yeah Nein Fuck Jawoll Barsch Nice Barsch Nice ich habe ihn beißen sehen hübscher kleiner wiekenbarsch freunde richtig geil gezeichnet was ein hoher rücken ja das sieht ein bisschen angeknabbert aus ja diesmal auf dem ondex größe 6 gleiche farbe wie gestern aber ein bisschen größer halt ich habe gehofft dass wir ein paar schönere fische fangen da ist einer von den schönen barschen aus ostfrieslands wieken gerade noch gesagt hier gibt es keine hechte hätte längst einer beißen müssen zack da ist er mega gibt es doch hechte ich habe es gerade gesagt ne schön da ist er ist der essbar könnte sein ne ja 45 ne ein bisschen sauber machen hier in der harten strömung wie geil ist das denn freunde wunderschöner wieken esox gebissen auf ondex nummer 6 ich habe mich gerade noch beschwert ich glaube hier sind keine hechte wir hatten ja die beiden barsche und ja ich habe es gerade ausgesprochen bam bis da ist er und was man hier sehen kann entweder gibt es hier noch größere räuber an dieser attacke hier zu sehen oder es vom komo ran aber weil hier auch eine attacke ist könnte es gut sein dass hier noch größere hechte sind aber wo die sind der ist ja schon schön da gibt es auf jeden fall noch bessere ja einen haben wir schon mal für unser catch und guck meine lieben freunde wunderschöner herbst hecht hier aus ostfriesland wieken weiter geht's leute seite bereit und ready meine lieben freunde jetzt fahren wir die letzte stelle an es ist nicht mehr viel passiert was heißt es nicht viel passiert ihr habt ja gesehen ohne ende bis sehr viele hechte viele kleine hechte dabei gewesen jetzt zum ende hat mir noch den einen oder anderen bis verloren aber so ist das manchmal dafür haben wir unseren catch und guck hecht gefangen und wir fahren jetzt die letzte stelle an meine lieben freunde da werden wir noch ein bisschen fischen in der hoffnung dass noch eine einsteigt und ich bereite schon mal ja die folge uns kitchen vor oder besser gesagt ich werde den hecht filetieren wunderbar freunde nun geht's los perfekte sitzmöglichkeiten hammer traumhaft jetzt zum ende noch schönes catch und guck schön den hecht filetieren und dann sind wir doch alle glücklich und zufrieden ach ja leute mir ist was aufgefallen was sehr sehr wichtig ist und zwar die meisten leute haben ja von euch abonniert ein ganz großer teil hat auch noch nicht abonniert an die leute tut das abonniert um nichts mehr zu verpassen und damit ihr eine benachrichtigung kriegt freunde wann immer ich ein video hochlade dafür müsst ihr neben abonnieren die glocke einmal drücken dann kriegt die so zwei häkchen an der seite dann wisst ihr dass sie benachrichtigung kriegt sobald ein video von mir hochgeladen ist ganz wichtig einmal unter abonnieren die glocke drücken dass das zwei häkchen an der seite sind sieht dann aus wie ein wecker und ja dann bekommt die benachrichtigung zunächst schneiden wir hier hinterm kopf ein hinter den team dann gehen wir runter bis für die mittelgeräte merken und dann gehen wir an der mittelgeräte entlang und ziehen uns schön das rückenstück hier runter das ist dann schon mal komplett gerätenfrei echt stück nummer eins jetzt schneiden wir einmal hier an der seite lang damit wir da gleich schön lang kommen machen wir einmal hier das gleiche machen wir noch mal hier braucht den fisch nicht ausnehmen es reicht wenn wir uns die filets rausschneiden jetzt gucken wir hier an der schwanzflosse können wir einmal durchstechen und dann auch wieder auf der mittelgeräte entlang und dann geht es hier auf der mittelgeräte weiter seht ihr das scharfes messer ist wichtig für ein bisschen fein gefühl und dann hat er gleich nur noch die y geräten drin die können wir dann auch noch mit messer raus und hier sehen wir schon die rippen da muss man dann ganz fein lang schneiden seht ihr das gar nicht drücken ihr müsst das messer arbeiten lassen das sehr wichtig da haben wir das viele ein wunderschönes hechtfilet guckt euch das an geil hechtfilet nummer zwei nun drehen wir den hecht einmal um dass wir gut arbeiten können noch mal ein wunderschönes filet und das ist übergeblieben nix so steht sie ganz gut was haben wir hier überhaupt fisch und meeresfrüchte was vorher drauf man riecht auf jeden fall auch dill raus mega und da brutzelt er schon der wunderbare wie das war auf jeden fall schon wieder traumhaft schönes angeln meine lieben freuen wir haben einige hechte gesehen viel topwater action alles wieder auf einen schönen spinner und soll ich euch was sagen demnächst werden wir mal was anderes ausprobieren vielleicht mal ein wobbler vielleicht mal ein stickbait aber irgendwas anderes um die hechte rauszukitzen denn es gibt so viel mehr köder variationen die hechte fangen aber nun wird erstmal ein bisschen hecht schnabuliert meine lieben ja so halb unzufrieden war mausi na scheiße ganz tag angestrengt und jetzt ganz zum schluss und ich wusste es dass hier noch einer kommt sie auch und es kommt tatsächlich einer und wir verlieren ihn haben soll ich dir was sagen gewinner sind wir trotzdem wir haben die zuschauer in unseren herzen und wir haben auch ein hecht gefangen und können ihn gleich schnabulieren oh what the fuck wie ein hecht gar nicht mal so schlecht voll zart und schmeckt auch gar nicht modrig und hätte gedacht er wäre voll modrig aber ne man wir haben ja noch einen ganzen batzen vor uns ne ja gut gegessen haben wir jetzt meine lieben freunde ist noch einiges da zu vernichten es war ein wunderschöner tag ein wunderschönes video wir haben viele fische gesehen auch einen davon gegessen wenn euch das video gefallen hat leute dann lasst uns gerne wissen mit dem daumen nach oben aktiviert die glocke um nichts mehr zu verpassen wir haben euch lieb dicken knutschi bis dann ciao geil 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 Nein, Freunde, also egal. Bis, bis, Freunde, endlich. Ja, da ist er. Ja, na, Bursche. Ja, Mann. Ja. Nein. Ja, Mann.